Hügel bitte schießen, die Schotten bitte nicht, wir starten. Und spät. So, wer es da noch nicht gemerkt hat, der Hangover Tower ist dann jetzt bereits auch schon gestartet. Servus. Und von nun an kann ich euch auch nicht mehr helfen. Jetzt seid ihr schon groß, ihr seid ja hier nicht bei McDonald's, auf dem Kindergeburtstag, ne? Und mit einer Reha-Klinik hat das Ganze auch nichts zu tun. Na sicher, dann wollen wir die Plotiner, Hauptsache die Sockenbrille dabei. Jetzt geht's los, zu spät. Kinder bitte anschnallen, immer rechts wahr. So, 40 Meter, Edo. Deine Hand. Sehr, sehr gut. Aber auch schon in der Weg. Und da ist die Sockenbrille. So, da ist die Sockenbrille. Jetzt sind die Sockenbrille. Da geht's wohl da. So, totalic. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Mal.